Willkommen! Heute habe ich ein absolutes Edelschnäppchen für Sie. Und zwar diese Garnitur, Willi Schilik 12650 aus der Kollektion Black Label, das Modell Giovanni in einem ganz tollen Leder, Z8252 Mokka, heißt Soft bei Black Label, ist ein Anilinleder, sehr weich, sehr schön. Und die Garnitur ist unheimlich bequem, unheimlich launchig, weiche Sitzmatte unten fest, lose Kissen mit Rolle, richtige Schulterunterstützung und zwei Kissen, die dazu auch noch dabei sind, die man braucht oder auch nicht. Sie können hier mit der ganzen Familie liegen, sich es bequem machen und wenn der Abend später wird, dann zeige ich Ihnen, was Sie machen können. Sie nehmen ein paar Kissen weg, die brauchen Sie dann nicht und Sie schlängeln hier rein mit diesem feinen Teil und haben eine Doppelliege. Zwei Meter lang, jeweils 75 Zentimeter breit, unheimlich bequem, zum Sitzchen liegen, Löwen lieben, alles was Sie mögen. Hier kann ich mir doch jetzt wirklich einen schönen Verabend vorstellen, Sie auch. Dann kaufen Sie Black Label Giovanni, diesen Kundenstorno, zum unglaublichen Preis. Dankeschön, auf Wiedersehen und Tschüss. Dankeschön. Dankeschön.